Glück auf, meine Kumpel Malocha, herzlich willkommen hier direkt mit der Analyse nach dem Spiel Schalke-Leverkusen, was wir leider 3 zu 0 verloren haben und ja, ich bin sehr frustriert, sehr enttäuscht, was soll ich euch sagen, vor dem Spiel habe ich damit sogar schon fast gerechnet, nicht, dass wir 3 zu 0 untergehen, aber dass wir das Spiel vielleicht verlieren werden. Leverkusen ist im Moment so mit die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga, haben ja auch Bayern geschlagen, 5 Spiele in Folge gewonnen vor dem Spiel, jetzt ist es das 6. und ich habe eigentlich nur die Hoffnung gehabt, Länderspielpause, wir können jetzt nochmal ein bisschen uns regenerieren, wieder zu Kräften kommen, um dann dieses sehr, sehr intensive Spiel von uns besser umsetzen zu können und dass Leverkusen so ein bisschen aus dem Rhythmus kommt. Und ja, dann war es auch auf einmal eine sehr, sehr positive erste Halbzeit, ich habe gedacht, wow, hätte ich gar nicht mit gerechnet, jetzt teilweise waren wir sogar die dominierende Mannschaft in der 1. Liga, gerade so in der Anfangsphase und da hätte, wenn der Ball da durchgekommen wäre oder wir einen von den vielen Standardsituationen über das gesamte Spiel mal verwandelt hätten, hätten wir da auch mal in Führung gehen können. Und so kam es dann, dass in der zweiten Hälfte wir dann, weiß ich nicht, mysteriöserweise irgendwie eingebrochen sind, Leverkusen sehr, sehr viele Kontersituationen gefahren hat. Ich finde auch die Umstellung des Systems vom Reiß sehr, sehr schlecht gewesen, das System hat funktioniert, da haben wir da auch ein paar Konter gefahren, aber wenn der Dreckser raus musste aufgrund von der Spritzigkeit, dann bringe ich lieber einen Skarke raus und wenn der noch nicht bereit dafür ist, einen Mohr oder einen Aydin, aber ich hätte jetzt nicht umgestellt mit einem Balanter, das hat nicht funktioniert. Dann ist Leverkusen auch verdientermaßen in Führung gegangen, auch in der Höhe und beim letzten Tor muss ich ehrlich sagen, Alter, das war echt zu wenig, was die Mannschaft gezeigt hat, nach einem Eckball da überhaupt nicht in den Zweikampf reinzugehen und da einfach nur zuzugucken. Das hat an Abstiegssaison erinnert und das ist nicht so, wie Schalke auf Auftritt seit Reiß da ist und das geht nicht, das geht nicht, sowas darf der Mannschaft nicht passieren. Man kann es auch 3-0 gegen Leverkusen verlieren, aber so ein Eckball, dass der Spieler da so frei zum Kopfball kommt, das ist halt scheiße, das ist total blöd. Und ja, das einzige Positive ist, dass Stuttgart auch eine Klatsche gekriegt hat, 3-0 gegen Union und Hertha leider, die haben ja 1-0 geführt, hinten gelegen zwischenzeitlich, leider mit dem 1-1, aber das ist auch eigentlich eine positive Nachricht, dass die uns jetzt auch nicht irgendwie davonrennen, sondern mit einem Sieg in zwei Spieltagen spielen wir gegen Hertha, können wir an denen vorbeiziehen, wir spielen jetzt auch gegen Hoffenheim, da hoffe ich natürlich jetzt auch Sonntagmorgen mit einer Niederlage, auch Köln darf gerne verlieren, die gehören nämlich auch noch im Abstiegskampf dazu und ja, Bochum hat halt unentschieden gespielt, ja, wir haben ein paar Punkte jetzt verloren, hoffentlich werden es keine Dreier, Augsburg hat gewonnen, aber die sehe ich nicht beim Abstiegskampf. Die Serie ist gerissen, das muss aber auch irgendwann passieren und ich hoffe, dass wir jetzt gegen die direkten Konkurrenten 6 Punkte holen und dann sind wir nämlich voll da, das ist jetzt die Hoffnung, das ist jetzt die Möglichkeit für uns, die Schritte zu machen. Wir hatten heute einen guten oder die Möglichkeit, einen Schritt zu machen, den Abstiegsplatz zu verlassen, gegebenenfalls, je nachdem wie Hoffenheim gespielt hätte, auch den Relegationsplatz zu verlassen, den Nicht-Abstiegsplatz zu gewinnen, aber ja, das sollte nicht sein. Leverkusen war zu stark, muss man auch einfach mal akzeptieren, dass so eine Serie nicht die gesamte Rückrunde hält und jetzt muss man einfach weitermachen. Jetzt ist es halt wichtig, die berühmte Reaktion einfach dann zu zeigen. Ich bin eigentlich noch guter Dinge, weil Jens hat auch beispielsweise gefehlt, der kommt zurück. Es kommen jetzt immer mehr Spieler zurück, ich hoffe, es verletzt sich keiner und dann sollte es möglich sein, dass wir in diesen Abstiegsduellen, dass die Gegner da den kürzeren ziehen und dass wir da vielleicht mit 6 oder 4 Punkten einen Riesensprung machen können und dann hoffentlich auch die Abstiegsränge verlassen können. Schreibt mal eure Meinung zum Spiel zu den nächsten Spielen in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!